Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Diablo 3 mit dem Jakob! Not the man of series! Was? 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 Ich glaube ich mal ganz oben in die Mitte, du können. Was? Was? Wo? Ja, ganz krass, in der Mitte ist eine Truhe, die leer ist, ne? Und hier oben war was, wo ich vorhin nicht reingekommen bin, vielleicht komme ich da ja jetzt rein. Ähm, sterben magst du auch mal so? Quatsch. Wo kommst du denn da drauf, ne? Wäääh! Komm ich da jetzt rein oder nicht so? Nein. Ach, hier habe ich doch vorhin die Massen hingelockt. Super. Wenn ich da jetzt reinlaufe, dann sterbe ich wieder. Ha, was lag ich mich denn hier zurück, ey? Weißt du, ich denke mir so, ja, ich bin in Sicherheit, ne? Quatsch, nee. Hab ich gefunden. Wirklich. Ja, genau, direkt hier daneben, Alter. Okay, ich bin drin. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Weißt du, das Leben fast tot, aber die fragten mich, warum sie einen Heildrang trinken sollte. Ist auch unlogisch, hallo. Ja, klar. Ist ja nicht sowas wie überleben oder so. Quatsch. Quatsch doch kein Scheiß. Magst du mal hier sterben? Ne, Quatsch. Ähm. So. Okay. Zeremonitisch. Oh mein Gott. Äh, ernsthaft? Achso, ja. Seriously? Seriously. Lass die mal herkommen. Ja, Quatsch. Alter, was ist das mit der fürn Scheiß-Zauber-Din-Rars? Das ist einfach die Feile langsamer fliegen. Hä? In dem Ding sind die Feile langsamer geflogen. Dann sind sie raus auf der anderen Seite und bei mir sind sie da wieder schnell geflogen. Ja, ist das verlangsamt alles, was da drin ist, außer mich selbst. Ich find's cool. Doof. Ha, doof. Deine Mama, er rennt halt einfach durch, ne? Ich komme zurück. Oh mein Gott, was für eine Ehre. Ja, extra für dich. Wie? Also, da leider, ne? Was machst du denn da schon wieder für eine Party? Wer hätte ja mal drauf achten sollen, ob irgendwo mal ein Speicherpunkt war, dann hätten wir da auch auffallen können. Richtig, aber da wir so blöd sind und das nicht machen, irgendwie macht das kein Schaden. Ne, irgendwie, stimmt das. So, jetzt werden die Feile, die Feile sind ja wirklich scheiße langsam da drin. Aber uns reden die Feile nicht. Ne. Wir haben das, weil der eine Typ brennt ja unsichtbarer Weiß sind. Ja, genau. Aha, ich hab dich zerblitzt. Blitze. Blitze sind cool. Ah, ich hab doch viel gedrückt. Ja, genau. Jetzt, wo ich's nicht mehr brauch, da macht er den Zauber. Spaß. Hier geht's nicht weiter. Schade. Hab's gewunden. Stufe 20. Heißmann. Platz für passive Fähigkeit. Magierfürst Misken. Ja, richtig stark gewesen, ne? Ja, sicher. Ja, genau, müssen wir da rein, wo du vorhin nicht reingekonnt hast. Super. Dann speichert's. Super. Nein, nein, nein. Ja. Klar, sicher. Kommst du da bitte? Hm-hm. Ich hab nur grad meine neuen Fähigkeiten ange... Äh, bist du irgendwie grad gestorben oder so? Nein. Quatsch. Quatsch. Nein, Quatsch. So, ich muss dann mal... Baitarfeil. Dann. Ja, eine Baitarfeil. Oh mein Gott, ich hab eine E-Mail bekommen. Äh... 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 Glaskanone. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Okay, Speicherbund ist jetzt drin. Einmal nicht hier aktivieren. Hat gespeichert? Bei dir, glaube ich, noch nicht mal das Mal reinkommen. Okay, dann komm ich jetzt. Ah-ha, ich komm jetzt, ah-ha. War der Wieserlarm. Krass, Mann. Fünf Minuten war die Folge jetzt. Mach man den tollen Cool noch fertig, oder? Die Sölten, einen von den beiden... Leveln. am Ende soll ich betrieben darf ich nur wenn ich hier so die Klinik wenn der Wendel ist es sich heute Abend noch und ich hab nichts gelernt Hallo Lea hallo und die Peer Jörg Achter Hocker das dürfen die auch alle noch gar nicht wissen soll ich da drüben reingehen oder wollen wir zusammen ja alles in den Schwergloch abg Prozent die fremden Tiefen mehr Aachen neuer freilich doch ist der hässliche wo ist mein neuer Zauber nicht nur jetzt später nicht gelöte der Verschlinge also der 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 er die Keil dran so hier krass man krass 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 ich töte euch alle alle sterben ja alle Sandwand Sandmann lieber Sandmann es ist noch nicht so weit oh Mg was ist das? oh Gott langsam springen bei mir echt die letzten Sicherungen die mein Hörn noch hat Alter naja oh ist schon tot schade ich wollte nochmal draufkloppen oh mein Gott ich hab ein Skopion zu erlatschen Alter ich sterb fast ich denk mal da drüben geht's weiter ich wette da ich hab ein schreiender Erleuchtung mit seiner Scheiß Arcanes Portal hier boah scheiß ich hab das Osteen ausgelöst ja und bei mir sind ganz viele Packs und so'n Scheiß und ich hab's gefunden naaah ich bin wieder falsch na ihr Kollegen bam eingefroren ich reinrenne übrigens ja ich hab die nur eingefroren so krass man ich schieße gegen die Wand genau oh mein Gott ich muss weg erhielt mich eingefroren war ja richtig schwer ein bisschen hin und her laufen und das war's ding toll schon wieder richtig schwer gewesen du hast es gefunden ja ist klar ne ja also aus als das was wir suchen hätten müssen haben zu was suchen wir denn überhaupt da das ist hier die frage ne ich hab mich hab ein Goblin Schatz Goblin naaah knampf erst mal den Goblin ja ich bin ja schon dabei oh mann du sollst da nicht drauf hauen ja genau bitte tu es nein aus danke so jetzt seid ihr dran ihr habt euch ja schon so brav angestellt ein und arkans portal klar sonst noch was wollen wir das vielleicht erstmal kaputt machen ne was ich will mich nicht schwer hier im WP könnt man theoretisch leveln hier gibt es damit schon sowieso überall durchgeht Fick dich ach ja mein Inventar ist voll klar so erst mal hier schön brav einsammeln Lollic ist in Ruhe Lollic XT ich kann nicht mehr tragen Schade Adi dann war ich doch richtig da drüben oh Gott ey ich hab ein E-Mail Edge ich hab ne E-Mail ich bin Fame na scheiß Spam ja Famer Spam ja man muss sich nur auf ganz vielen Seiten anmelden dann kriegt man immer zu E-Mails ist zwar nur Spam aber sehr egal man ist Fame genau und das ist beleckt da war hier nicht gerade eben noch ach ja genau hey ist der jetzt tot? ne da ich sehe den immer nicht dankeschön ich kann nichts mehr aufheben ich vergesse es aber auch jedes mal wieder gell da würde ich mich mal ausleeren oder? Quatsch man Quatsch ich nehme hier die Sandbrücke ich weiß nicht was du machst ich töte hier ein paar Leute achso ja hm naja ich verpiss mich mal du kämpfst da gegen so'n scheiß Monster aber ich ähm ja ich geh dann mal ganz gepflegt in die Stadt das ist das Problem eigentlich da hin da hin da hin ich müsste eigentlich mal zum Diamantschmied aber ach was hier ist ein Schrein der Gunst willst du da haben? ne ne ok dann kriegst du halt nicht ja 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 genau ich hab ne bessere magische Quelle als meine legendäre gefunden super verkauf die halt welche achso die ja ich kriegst bestimmt noch 10€ für ahaha klar alter was ich hab jetzt so ein paar irgendwas die mich grad jetzt noch ein bisschen abfacken tja das ist irgendwie oh ich hab grad voll die krasse Rüstung hier ey das hab ich voll mir auch gedacht ne ich hab endlich mal bessere Rüstung gefunden ich hab ja noch Rüstung vom Anfang hier das werde ich nicht tun ich werde mich nicht halten obwohl ich halt tot bin ach Quatsch ist auch sinnlos ja eben bringt ja nichts er will denn auch leben alter iiii zumal sind wir hier auch bald mal fertig wir haben noch theoretisch drei Minuten wenn man die Folge verlängern haben wir noch 8 0 0 0 Loll XD 3 Lollipop 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 3 ich kann es ja wissen hier richtig es ist irgendwie so langer Gang ah man wie kommst du da nur drauf ey aus welcher Läger um da ist hier richtig alle Menschen dazu Schattenschlaas zu werden und ein goldenes Zeitalter einzuwerden Gott dammit ich lauf hier einfach mal durch ne tschüss ihr werdet wissen prächtige Truhne ne ja hier geht es leider nicht weiter Dahl 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 Ja bei uns aber nicht Did nur drei Gold draus die Frau Kraftmann Julien seines Blutes versiegt in der dritte wo man reingehen kommt ein Scheißding so oft gespeichert nein ich kann nicht gehört auch scheiß was ich könnte kurz nicht vergisst warum speichert das nicht also die Folge geht jetzt einfach so lang bis es speichert fertig Ende nein es hat noch nicht gespeichert nein wir müssen es dann gespeichert Ende ja genau ah ich sterbe Mensch sie trinkt sogar meinen Heiltrank Scheiße äh sterben ist nicht so bei euch ne Quatsch warum sollte ich das tun genau Quatsch ist ja nicht so als wenn du gleich drauf gehst oder so du Spast alter boah bei diesem Spiel könnte ich mich schon wieder aufregen ah nob ja Scheißding vermögt ihr dann mal vielleicht mal sterben nein Quatsch wie kommt ihr da drauf bloß wie komme ich da nur bloß drauf ach hier geht es ja gar nicht weiter ich bin ja ein Idiot ah lalalalalala lalalala ach Toxinwesen ja genau legge pack ne Quatsch nichts dagegen Mörser ihr habt ne Spezialfähigkeit die sich Mörser nennt seite ihr cool seite ihr cool echt ihr seid die coolsten Hesslons die ich jemals gesehen hab ja mit Blitzen kriege ich den irgendwie nicht kalt jetzt ich weiß auch nicht warum ja weil die irgendwie keinen Schaden machen oh mein Gott die vielleicht irgendwie aus Blitzen bestehen ja und weil meine Blitze außerdem keinen Schaden machen aber ich habe keine bessere Primärfähigkeit zumindest meiner Meinung nach äh boah schon wieder ey irgendwie nervt das was das Gelaber nein das wenn ich bin ich so salto macht das dann irgendwie so Pfeile kommen Quatsch man wie kommst du da drauf hä wo bist denn du jetzt doch so da oh Leute verpisst euch niemand mag euch wir rushen jetzt hier einfach durch ja komm verpisst euch niemand mag euch bam weg damit nein ich werde mich nicht heilen das macht ja keinen Sinn ach Quatsch so ich warte immer noch ja auf was denn da drauf dass der dass der eine abgeht oder was das Arcane Portal ist natürlich immun gegen einfrieren natürlich ach Quatsch das hat keinen Sinn mich zu heilen nein mhm Wonderwall ist von einem Elektrowesen getötet magst du die Elektrowesen dann mal töten und mich wiederbeleben ja warte gleich lass dir Zeit okay derzeit guck ich mir meine Erfolge an boah krass man ich hab einen Gamerscore von 1540 ey was machst du den Gamerscore von ne den Gamerscore von Dingsda von Diablo boah du wirst doch den einen noch schaffen ja sag ich doch ich war leider tot ja und jetzt halt noch mal in der Mitte ausgemüllt ja genau ich hab jetzt auch so gedacht hey was schmeißt du da jetzt eine Rüstung hin du sollst mich doch nur wiederbeleben du Spaß so wetten wir müssen da unten lang ja da ist aber leider ein Mannstraßen blöd ne dann gehen wir gleich hier da haben wir erledigen jetzt noch hier ist auch irgendwie Sackgasse ahaha sagt ich hab Sack gesagt äh nicht cool überhaupt gar nicht nager gar nicht nager 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 ach du Scheiße was geht was sind denn das für Massen bäm eingefroren mögt ihr dann vielleicht mal so sterben ich mein ihr seid ja alle schon tot aber ah Gott ich sterbe ja lag doch nur ja klar lange ja das ist so Diablo mäßig Pflicht wenn man Diablo spielt dann muss das lag bin ich der Meinung ja klar ich hab grad ein Elektrowesen mit Blitzen getötet sehr sehr sinnvolle Logik weißt du was wenn ich meine Diamantrüstung Diamanthaut jetzt anlege dann sind Zauber kostengünstiger ist das nicht auch sehr viel ist das nicht eine coole Fähigkeit ja sehr nützlich Gott Alter doch was ist das für ein Scheiß warum ich kann da keine Pfeile durchschließen ja ich weiß und dann warum sind das immer so viele ich mag keine vielen Gegner die sind aber am Akt 3 mögen ne ja das geht erst dann alles wieder ne das sind ja schöne Gegner aber das hier sind einfach nur Hexler da gibt's übrigens auch gell lass mich lass mich Adi 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 stirrrrrr habe ich gesockelte Rauchkugeln willst du die Socke der Wer die Socke der Rauchkugeln die Socke der Wer Socke der Rauchkugeln äh äh Zauberer ja was hab ich denn eigentlich ich hab unheilvolle Rauchkugeln des Fokus das zu haben hier oh mein Gott ach du Scheiße ich bleibe hier du bist dann tot ne ja ich hab dafür jetzt ne gelbe Hose ah 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 weil ich mir eingepisst hab ah 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 woher war der wieder schlecht Alter danke jetzt können wir nicht mehr treffen ah Gott meine Diamantaut ist vorbei das merke ich aber haben sie ja schon geil ja das ist weil ich da vorne drin stand ja und ich alle auf mich gezogen hab ich hab's alle weggekickt Heldentat Servus würde gern glänzende Sternenförmige Rubine kaufen bitte melden sowas krieg ich gar nicht ich krieg hier nur Zoll und Kull irgendwie ja ich krieg auch nur Zoll und Kull ich geh mal in die Richtung Speicherpunkt ah ich hab's gefunden hier ist aber cooler wo ich grad bin hat das jetzt echt gespeichert ja es steht im Chat Speicherpunkt erreicht also würd ich sagen ne wir sehen uns dann in der nächsten Öffname wieder und viel Spaß bis noch hin Tschüss Magst du auch noch was sagen? Ja nein eigentlich nicht Tschüss Ok Tschüss